Das Design ist das Erste, was Ihre Besucher in Ihrem Shop wahrnehmen. Ich zeige Ihnen, wie Sie einfach das perfekte Design für Ihren Shop erstellen. Und das ganz ohne Programmierkenntnisse. Sie müssen nicht selbst dafür sorgen, dass Ihr Shop gut aussieht. Das haben unsere Designer schon für Sie erledigt. Übrigens ist Ihr Shop responsive. Das heißt, dass er auf allen Geräten immer optimal dargestellt wird. Fangen wir an. Wählen Sie im Administrationsbereich Ihres Shops im Hauptmenü den Punkt Designvorlagen. Hier haben Sie die Wahl zwischen vielen unterschiedlichen Vorlagen. Wählen Sie Demo Shop anzeigen, um sich eine Vorlage genauer anzusehen. Sie können sich auch anschauen, wie Ihr Shop mit einer der Designvorlagen aussehen würde. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Vorschaubild. Wenn Sie sich für eine Vorlage entschieden haben, dann aktivieren Sie diese und wählen Sie Anpassen, um beispielsweise die Farben zu ändern. Sieht schon gut aus. Aber irgendwas fehlt noch. Das Logo Ihres Shops. Um es hinzuzufügen, wählen Sie im Administrationsbereich im Hauptmenü Einstellungen und dann Allgemein. Dort können Sie es hochladen. Sie haben noch kein Logo? Gar kein Problem. Dann wird an dieser Stelle einfach der Name Ihres Shops eingeblendet. Sie möchten einzelne Seiten Ihres Shops bearbeiten und zum Beispiel Bilder, Texte oder Videos hinzufügen? Dann wählen Sie im Hauptmenü Editor und unter Seiten die entsprechende Seite. Links unter Inhaltselemente finden Sie verschiedene Elemente, die Sie mit gedrückter Maustaste in Ihren Shop ziehen können. Es erscheinen hellblaue Bereiche. Diese zeigen Ihnen, an welchen Stellen Sie das Element einfügen können. Anschließend bearbeiten Sie das Element, indem Sie zum Beispiel einen Text eingeben oder ein Bild hochladen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Ihren Shop anzeigen, um sich das Ergebnis anzuschauen.